So. Moin. Wir sind auf dem Weg zum Proberaum. Richtig. Ja, unser erstes Probewochenende dieses Jahr. Ja, schauen wir mal. Leider ist es aber so, dass wir halt nur zu dritt sind, zu dreieinhalb. Wo ist eigentlich Atakan? Wo ist der eigentlich? Ach, guck mal, da ist er doch dabei. Das ist gar nicht aufgefallen. Das ist unglaublich. Wir lassen natürlich nicht nur zu Hause. Wir müssen ja auch mit dabei sein. So, Randalf, hast du deinen Bass geholt? Ja, und ich habe noch wichtige Sachen mit hier. Oh, lecker. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal. Dann geht es jetzt ab hier. Ja, das wird nett sein. So, Akkern, sag ich alles mal. So, damit du auch Bescheid weißt, wie wir jetzt hier umgebaut haben, das müssen wir dir ja einmal zeigen, damit du das auch weißt hier. Ja, guck mal, da vorne. Da ist unser Mischbult. Hier. Hier vorne. Das sieht richtig toll aus. Der Randalf alles drauf gebaut und richtig schick gemacht. Hakan, geh mal auf den Weg. Ich muss hier arbeiten. Ja, das geht so irgendwie nicht. Der stört immer nur, ne? So. Ja, egal. Er wirkt ein bisschen kopflos heute. Ja, ne? Er knickt auch ein bisschen. Ein bisschen geknickt aus hier. Guck mal. Und was wir entdeckt haben, Hakan. Mach doch mal deinen Pickel da weg. Was soll denn das, Hakan? Voll der Pickel, ey. Na ja. Na ja. Gut. Ähm, ja. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen hier Schickle Rassabumm. Und, äh, ja. Was ist denn, Hakan? Mann, an der Trommel. Jumbo, jumbo, jumbo. Ob du auch im Bild bist, wieder mal. Ähm, wir haben heute den Gaukler fertig gemacht. Haben den Vector und das Blumenmäher auch soweit fertig. Jetzt sind noch deine Dudelsack-Parts. Wir haben es allerdings alles jetzt in die E. Das werde dich sicherlich richtig freuen. Das heißt, wir schreiben nächste Woche alles in die E um. Nehmen wir es auch nochmal so für dich auf. Damit du dann auch Bescheid weißt für die nächste Woche. Du? Du, hallo Popsi! Ja? Ja! Du weißt schon, was du schüifst? Du weißt schon wieder. Du weißt schon wieder! Untertitelung des ZDF, 2020